Dü 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 ... Ok, natürlich wieder die Pfeifen rausholen und alles. Habe ich eigentlich, ich gucke mal Vorteile hier, ähm, genau, Luft anhalten können wir inzwischen halt, ähm, 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 ähm. Also was wir auf jeden Fall es gilden werden, ähm, das hier brauchen wir noch und das hier definitiv auch, äh, Richtung Geschwindigkeit des Seitenwinds. Ähm, verunterne Fertigkeiten, wenn wir denke ich mal den als nächstes machen, ungefähr Gewicht eines Tieres, ähm, und dann eins von denen, oder ne, den hier vielleicht, ne, den hier, den hier und, ja, ähm, kunste Meteorologie, nö, äh, 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 Hunter Made, so hieß er nicht Hunting Buddy. Oh, das ist gut. Also erstmal den hier, dann den hier. So, das ist gut. Ja, denn vor eben Geräusch gemacht. Ich sehe nichts. Wie lange bleibt der Nebel denn? Das ist nicht schön. Er wird nur noch schlimmer. Hm. Hm. Nein, 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 nein. Okay, ist das nicht fast Cheating hier? Na gut, da richtig zu treffen war jetzt gar nicht, also überhaupt zu treffen war überhaupt nicht schwer, aber jetzt der Rest. Nicht tödlicher Treffer, toll. Huh. Na gut. Ich hätte mir deutlich mehr erhofft. Macht ja nichts. Wir gehen aber auch weiter hier. Hä, doch. Irgendwas haben wir erlegt. Guckst du hier. Ach, den haben wir ja vorhin geholt, glaube ich. Ja, die haben wir geholt. Schon gut. Hat sie erledigt. Oder? Warte, warte. Was ist das? Kodex. Und wie spät ist es jetzt? Hä? Ach so. Hä? Wieso ist das denn sortiert? Da. Okay, ne. Eigentlich müsste da noch was sein. Ich geh nochmal ganz kurz. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Eigentlich müsste es dann in der Mitte von dem Ding sein. Habe ich denn gerade eben hier irgendwas erlegt? Das ist doch nichts. Noch. Oh, ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, ich bin mir gerade noch nie. Das ist mir gerade nicht so. Ist mir gerade nicht einfach nur etwas, was ich verstehe. war das vorhin ich will ich suche das gebiet gerade mal großflächig so ein bisschen ab so 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 Ich weiß es nicht. Ich bin gerade echt, äh, ich weiß es nicht. Ich, ich ist auch egal, ich weiß es nicht. Oh, komm an, mehr XP. Hm, 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 hm. Ich weiß es nicht, was ein Ort am Ende ist hier. Ob das auch wieder ein Hochsitz ist. Eisenbahn, Balmonds. Balmall. Oh, da ist er. Okay, wenn es so ist, können wir ihn ohne Probleme mitkriegen hier, wenn ich von hier schieß. Okay. Man muss nur so ein bisschen in die Richtung gehen, dass wir, so gesagt, die Einstelle vorne oder hinten haben oder quer durch ihn durch oder so. Ja, Chance vertrauen. Chance vertrauen. Oder auch noch nicht. Doch, vertan. Getroffen haben wir ihn allemal, aber... Ähm, ist das nicht der, den wir erst einmal gespottet haben? Ich muss jetzt den nur mal verwenden, weil ich nicht weiß, wo ich ihn getroffen habe, ungefähr. Ich glaube, blutet einfach gar nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen gerade gefährlich, weil ich überhaupt keine Blutspur sehe. Okay. Äh. Okay, ich lasse es sein. Oh. Schulterblatt. Lungenflügel. Okay, hier waren trotzdem, glaube ich, dann zwei Bären. Hm. Interessant und beunruhigend. Hm. 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 How about you show yourself, buddy? Also wenn ich näher komme, einer von uns beiden wird sehr wahrscheinlich sterben. Wer es nun ist, kann ich tatsächlich noch nicht sagen. Eigentlich echt ein bisschen Movement noch abwarten, weil... hm... Ja, was ist das? Sehenswürdigkeit, aha... Okay, hier ist eigentlich ein super Spot. Schön offenes Terrain eigentlich. Also ich weiß nicht, wie unrichtig ist der Bär, der hier irgendwo ist, auf der Seite. Aber der könnte schon Reise ausgenommen haben. Who knows? Ah, sieht schon nice aus. Wie geht es? Ah, 46, okay. Run a key. Oh, falsch. Ja, ist aber zu weit weg. Es müsste hier echt einen Schießstand oder so geben, womit ich mal wenigstens auf Distanz sehen kann, wie die Waffe verzieht. Je nach Distanz. Das wäre schon schön. Also auch Projektiergeschwindigkeit dann... Ja. Weil ich glaube, ich sehe, wenn ich auf einen Baum schießen würde, jetzt keine Einschlaglöcher. Glaube ich. Würde ich einfach mal behaupten. Da. Eigentlich wollte ich weniger gebraucht von dem Ding hier machen, aber... jetzt bin ich hier im Jagdfieber. Ja. Ja. Hä. Habe ich mit dem Ding geschossen? Ja. Okay. Das war dumm. Dumm, 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 dumm. Rund 1. 0 Uhr bis 5.30 Uhr. Aha. Krass. Sehen wir sogar alles in der Info. Sehr schön. Müssen wir nicht langsam aufleveln hier. Bestimmt ab 10.000 oder so. So, wir sind bald am Außenposten angekommen. Und wenn jetzt keine Armada oder Armee von Bären hier dazwischen noch läuft, dann haben wir gute Karten. Versuch was wert. Zählt das überhaupt oder ist es einfach nur zum... Guck mal, das bringt nicht immer was. Also werden wir Kleintiere nicht erlegen. Haben wir zwar jetzt eins, aber vom Prinzip her werden wir keine mehr erlegen. So, gleich angekommen. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich finde das ist ein guter Wegpunkt hier. Guck mal gucken. So, wir haben 4.644. 1350. 1450. Gefahr! Untertitelung des ZDF, 2020